Paiting, alles begann vor zwei Jahren. Damals befand sich Susanne Tabata bei Schweizer gemeinsam mit Paitinger Künstlerfreunden auf Kulturreise in Iran. Ein Land, zu dem die Paitingerin von Geburt her eine besondere Verbindung hat. Geboren in Teheran, verbrachte sie dort ihre Jugend, ehe sie mit 17 Jahren während der iranischen Revolution 1979 nach Deutschland kam. Die Reise führte die Gruppe auch in die Wüstenstadt Kasan, wo man im historischen Hotel Negin H.O.U.S.E. Abstieg. Das war reiner Z.U.F.A.L.L., erinnert sich die Künstlerin. Jedoch einer mit bleibendem Eindruck.